Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Wir unboxen heute das Samsung Meteor Mic. Ja, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, unser Mikrofon war in letzter Zeit nicht gerade toll mehr. Unser altes Samsung GoMic und jetzt haben wir halt ein neues. Und das können wir praktisch auch als Ankündigung verstehen hier, dass jetzt im Prinzip alle Videos außer dem Gears Let's Play, was ja schon vollständig aufgenommen ist, ja, in der aktuellen Qualität, wie ihr sie jetzt vernehmt, ja, ausgestrahlt werden wird. Es ist ein USB-Mikrofon, gedacht für Podcasts, das heißt, es ist leicht in der Handhabung, man kann einfach reinlabern, wie man will. Ziemlich einfach, hat 70 Euro gekostet und kam innerhalb von zwei Tagen von Amazon in Gebraucht im Originalverpackung. Also, könnt ihr euch freuen auf bessere Tonqualität, weniger Rumgepiepsel. Das generelle Tinnitus-Feeling ist aus unseren Videos hiermit offiziell revidiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!